Salvete Cari Discipuli, hier ist euer Latein-Tutor Radetzky. Heute werdet ihr eine erste Bekanntschaft mit dem Gerundivum machen. Das Thema lautet Gerundivum, Formen und Bedeutung und der Film versteht sich wirklich nur als erste Einführung in den großen Themenbereich des Gerundivums. Hier mag leicht dein erstes Gerundivum, Laudanda. Die wörtliche Übersetzung lautet eine zu lobende. Hast du ein ND zwischen Stamm und Endung, solltest du aufmerken und an das Gerundivum oder das Gerundium denken, das heute nicht Thema ist. Dein Vorwissen sollte in folgendem bestehen. Die O und A-Deklination. Du solltest dich mit dem Präsensstamm und zwar aller fünf Konjugationsklassen auskennen. Da hätten wir unsere fünf Beispielverben. Wir beginnen wieder mit einem Vorkurs. Ich möchte dich nochmal kurz an das Gerundium erinnern. Die Deklination geht so. Laudare, Laudandi, Laudando, Laudare oder Ad Laudandum, Laudando. Das sind Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Applativ und zwar im Singular. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com